Zweitligist SV Sandhausen hat im Kampf gegen den Abstieg weiter nachgerüstet und nach Dennis Diekmeier den nächsten Neuzugang in der Winterpause präsentiert. Die Kurpfälzer gaben am Dienstag die Verpflichtung von Sören Liedmann von Borussia Dortmund II bekannt. Der 22-Jährige unterschrieb beim Tabellen 15 einen Vertrag bis 2021. Sören gibt uns über die linke Außenbahn eine große Flexibilität, da er als klassischer Außenverteidiger, aber auch als alleiniger Flügelspieler einsetzbar ist, sagte Trainer Uwe Koschinat. Zweiter SVS Winterneuzugang Diekmann bestritt für die Reserve des BVB insgesamt 89 Spiele in der Regionalliga West, erzielte dabei elf Tore und bereitete weitere zehn Treffer vor. Vergangene Woche war bereits Rechtsverteidiger Diekmeier nach Sandhausen gewechselt, der zuvor acht Jahre beim Liga-Konkurrenten Hamburger SV unter Vertrag gestanden hatte. 999 Text im Auftrag von der NäsgLJUZ Quelle letzte